Und da ist doch jemand eingeflogen gerade. Die Sofia Milosevic, ja. Ja, da hat die Mutteragentur mich angerufen vor zwei Wochen. Das ist die Freundin, zukünftige Frau, mittlerweile Verlobte vom Luka Jovic, Real Madrid-Stürmer, der jetzt ausgeliehen wurde an die Eintracht. Und sie ist ein serbisches Topmodel. Und die Mutteragentur hat dann gesagt, ey, wir haben gehört, ihr arbeitet professionell. Jetzt zum Thema, was ich eben erzählt habe, ihr arbeitet professionell und hat sich herumgesprochen. Hättet ihr Interesse? Und dann habe ich sie mir kurz angeschaut und habe überlegt, warte mal, ja. Und dann habe ich sie eingeladen und habe gleich hier RTL angefixt, kam auch an. Und ein bezauberndes Wesen ist bei mir auch auf dem Instagram zu sehen. Und kann man...